Ich bin Katja, arbeite im Büro bei Transa im People-Team und bin absoluter Fan von jeglichen Outdoor-Shows und Survival-Formaten. Ich darf meine Flasche packen für eine Woche in der arktischen Tundra. Hallo zusammen, heute machen wir uns alle ein Survival-Kit in einer 1-Litern-Algen-Flasche. So, die Zündkölzchen. So was hier. Ah, Rabinne, nehme ich mit. Einen Kompass. Ich nehme aber das Pinke. Ja! Juhu! Hey Ricardo, was sollte ich auf jeden Fall mitnehmen? Die Brettungsdecke hätte ich schon als erstes eingepackt. Auf jeden Fall. Die Wäscheleine finde ich mega wichtig, wenn ich einen Vogel oder so vom Baum schiessen will. Ein Versuch ist es wert. Und damit ich noch bröteln kann, habe ich einen Feuerstahl, Backup-Zündhölzchen, und das Messer zu trinken ist glaube ich auch nicht so verkehrt. Deswegen habe ich ganz bewusst dennoch genommen. Ein Glöckli, um einfach Lärm zu machen, weil ich schon ein wenig Schiss habe. Ein bisschen Zahnseite. Vielleicht kann ich mir einen Angel bauen oder so. Hast du gesagt. Ist gut, überlebe ich so. Du hast etwas, das dich von den Elementen isoliert. Regen und Kälte. Du hast die Möglichkeit, ein Feuer zu machen, sogar zweierlei. Du hast die Möglichkeit, viel Wasser zu transportieren. Und doch ein Feuer. Er ist echt ganz vend keiner. Wir sehen uns beim nächsten Mal.